Pflanzen mit Liebe. Seit fast 200 Jahren ist Pflanzenkölle Gärtner aus Leidenschaft. Unser traditionsreiches Familienunternehmen war einst kaiserlich königlicher Hoflieferant und ist heute deutschlandweit mit zahlreichen Gartencentern vertreten. Unseren Kunden bieten wir einen Erlebnis-Einkauf im Wohlfühlambiente, der sich durch ein stets aktuelles Sortiment an qualitativ hochwertigen Pflanzen und Blumen sowie alles rund um die Themen Garten, Wohnen, Zoo und das richtige Geschenk auszeichnet. Die Herzstücke von Pflanzenkölle sind die eigene Gärtnerei und die Baumschule. Hier kümmern sich ausgebildete Fachgärtner liebevoll um die Anzucht und Pflege von zum Beispiel unserer Kräuter, Stauden, Rosen oder Obstgehölze. Nachhaltiges Handeln steht für uns aus Rücksicht auf Mensch und Umwelt immer an erster Stelle. Unser Online-Shop bietet Ihnen ein einzigartiges Einkaufserlebnis, sichere Bezahlmethoden, schnelle Lieferung sowie kostenlose Rückgabemöglichkeiten. Neben frischen Pflanzen aus unserer eigenen Gärtnerei finden Sie bei uns auch Großmengen an Erde, Gartenmöbel, Grills, Tierzubehör sowie saisonale Artikel. Unsere qualifizierten Gärtner wählen die Qualitätspflanzen von Hand aus. Besonders auf die Gesundheit, Blühwilligkeit und Widerstandsfähigkeit der Pflanze wird geachtet. Unsere kompetenten Mitarbeiter sorgen dafür, dass ihre Bestellung behutsam verpackt wird, bevor unsere Logistiker sie zu Ihnen nach Hause liefern. Finden Sie bei uns, was Sie glücklich und Ihr Zuhause noch schöner macht. Unser Service hört aber nicht mit der Lieferung Ihrer Bestellung auf. In unserem Online-Ratgeber finden Sie wichtige Tipps zur richtigen Pflanzenpflege, monatliche Gärtnertipps, leckere Rezepte sowie wissenswerte und inspirierende Blogbeiträge. Wir stehen für höchste Qualität und Zufriedenheit. Überzeugen Sie sich selbst. Pflanzenkölle. Ihr Gärtner seit 1818. öhne. 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 öhne.